und den Lärm der Stadt. Entspannen Sie sich in unserem neuen Pool und lassen Sie sich in unserem Restaurant mit internationaler und traditioneller Küche verwöhnen. Egal ob Frühstück, zum Kaffee trinken oder für ein gemütliches Abendessen, besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich selbst. Eine Aussicht wie diese, die gibt es nicht oft. Bis bald, Marois Yacht Marina Restaurant. Untertitelung des ZDF, 2020